Es ist einfach herrlich, gemeinsam den Herrn anzubeten. Ob man hier ist oder zu Hause, es ist schön, dass wir im Geiste verbunden sind. Lieber Stefan, lieber Leitungsteam, danke für eure Einladung. Stefan, ich habe das Thema ausgewählt vor, weiß ich nicht, wie lange es her ist. Aber ganz zufällig ist die Jahreslosung heute zu diesem Thema. Ich würde staunen, genau das ist mein Thema heute. Also wir merken, wir sind im Geiste verbunden, weil wir Kinder Gottes sind. Wie gut, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Also was sagt der Heilige Geist der Gemeinde? Diese Überschrift können wir auch sehr gerne aus der Verbarung ableiten. Zwar aus den Abschnitten, den Sendschreiben an die Gemeinden. Und das habe ich mich dann auch beschäftigt damit und vertieft. Der Herr hat die Gemeinde auserwählt und in eine klare Richtung und klare Botschaft gegeben. Für damalige gezeigt, die er bis heute an der Kraft nicht verloren hat. Und Relevanz ist nicht weniger geworden, auch in unserer Zeit, was der Herr damals zu den Gemeinden sagte. Ein Satz, der wie ein Refrain dieser über das Sendschreiben immer wieder wiederholt und spricht dazu. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Das ist unsere Tageslosung heute. Sehr spannend, wie der Herr das macht. Es ist ein Ausdruck, das Jesus schon verwendet hat. Manchmal noch leicht ergänzt hat Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Weil nicht jeder Mensch Ohren hat anscheinend. Der Heilige Geist spricht nicht nur mit Worten, sondern er möchte uns auch was zeigen und das jeden Tag. Und ich möchte heute einen zweiten Satz hinzufügen. Wir hören heute, was sagt der Heilige Geist der Gemeinde und gedanklich ergänzen wir, was zeigt der Heilige Geist seiner Gemeinde. Weil Jesus benutzt Bilder in Offenbarung, Metaphern, unser Herzen zu erreichen und zu bewegen. Es ist für den Heiligen Geist wichtig, nicht dass wir nur hören, sondern handeln. Und so werden wir heute zwei Teile hören, hörende Gemeinde und handelnde Gemeinde. Es ist eine Sache zu hören und es ist eine ganz andere Sache zu handeln. Stefan, du sagtest, dass ich es geschafft habe, irgendwie Jung und Alten zu erreichen. Liebe Freunde, alt zu werden ist doch keine Kunst, das ist doch Lauf der Dinge. Dafür müsst ihr doch nichts tun, das ist das Normalste von der Welt, oder bin ich daneben? Wir haben 20 Kinder mit meiner Frau, wir haben sieben Kinder, 20 Enkelkinder. Und wenn die Enkel dran wachsen, sie werden auch nicht so handeln, wie ich mir das wünsche immer. Und eine von den ältesten Enkeltöchtern sagt, Opie, ich habe dich zwar lieb, aber mit Jesus, da will ich nicht viel anfangen wollen. Es ging mir wie ein Schwert, das Herz. Jesus, ich habe sie an meinen Händen getragen zum ersten Tag, als ich sie im Krankenhaus besucht hatte. Und dann, als ich sie gesegnet habe, auf meinen Händen getragen. Und jetzt, wir haben alles geteilt und jetzt höre ich nach 17 Jahren so eine Botschaft. Sie will nichts mehr hören von Jesus Christus. Ich sage, Kind, darf ich dich besuchen kommen? Gib mir nur fünf Minuten, fünf Minuten. Mehr brauche ich nicht, nur fünf Minuten, weil, liebe Freunde, die Jugendlichen hören nicht länger als fünf Minuten, wenn überhaupt. Also fünf Minuten bitte mir schenken. Wir sind wie in den Garten gegangen, wo keiner dabei war. Und ich sage, Lilly, ich habe dich so lieb. Du bist ein Teil von mir. Du bist mein Nachkommen. Du bist Fleisch von meinem Fleisch und Blut von meinem Blut. Ich kann dich nicht einfach loslassen. Du gehörst doch mir. Und wir haben Bestimmung von Gott. Ach, OP, sagt sie, du bist doch schon über 60 und ich bin 70. Du bist doch schon so alt. So, Kind, wir leben ewig. Was sind die paar Jahre zwischen uns? Nichts. Also, Vergleich zur Ewigkeit. Also, wenn ich den nächsten Sprecher anschaue, denke später, ich feiere die Jungs. Das sind ganz anders, sind wild. Ich muss auf meine Kräfte noch achten, dass ich sie bei Samen halte, aber sind wild. Und ich genieße es einfach. Was ist der Unterschied zwischen uns? Wir leben ewig. Weil wir Kinder Gottes sind. Wir sind nicht auf eine Zeit ausgelegt, sondern auf eine Ewigkeit ausgelegt beim Himmel. Also, erstens eine hörende Gemeinde. Offenbarung 1, Vers 19 bis 20. Schreibe auf, was du gesehen hast. Das, was jetzt geschieht und das, was später geschehen wird, das ist die Bedeutung der sieben Sterne, du in meiner rechten Hand gesehen hast. Und die sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne, sind die Engel, die sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Wenn Jesus selbst das Anliegen der Gemeinde in seine rechte Hand nimmt, bedeutet, das ist eine Chefsache. Er möchte mir sagen, die Gemeinden sind so wichtig für mich, dass ich sie persönlich in meine Hand nehme. Ich mache sie zur Chefsache. Wenn wir uns anschauen, die goldenen Leuchten, den Vergleich den Gemeinden, was heißt das? Was bedeutet das für mich? Für mich bedeuten diese Bilder von der Wertschätzung, von Kostbarkeit. Manch eine Gemeinde, wenn ich in unserem Bund anschaue, in unserem Land anschaue, in anderen Ländern, mag so schwach aussehen und fast erbärmlich aussehen. Liebe Freunde, aber Jesus vergleicht seine Gemeinde mit Gold. Wenn er in unseren Augen auch schwach aussehen mag, in den Augen des Herrn ist das Gold, Gold wert. Das ist eine Aufwertung der Gemeinde Jesu Christi. Nicht Abwertung, auch in unserer Zeit, sondern Aufwertung der Gemeinde. Zu wem spricht der Heilige Geist? Ich frage mich, zu wem redet er? Er redet zu den Kindern Gottes. Es ist verständlich. Jesus betont, dass der Heilige Geist nicht nur irgendwas sagt, sondern er auch konkret lehrt. Er redet nicht einfach, sondern er vermittelt das Evangelium. Nachzulesen, Johannes Evangelium, Kapitel 14, Vers 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was er euch gesagt habe. Der Heilige Geist hat etwas zu sagen. Seine Gemeinde besonders. Und Paulus sagt, er redet immer eins, dass der Geist Gottes zu den Menschen außerhalb der Gemeinde in der Welt durch die Schöpfung spricht. Und jeder klar denkende Mensch kann nachvollziehen, dass so eine geniale Schöpfung muss ein Architekt haben. Wenn ich das Gebäude hier um mich anschaue, ich könnte das Gebäude nicht sehen. Ich schaue mir das Gebäude, als wir heute kamen und sagte, wow, was wäre ein gutes Gebäude. Da waren Architekten dabei, da waren fleißige Arbeiter, da waren fleißige Spender dabei. Wir sehen, dass das Gebäude einen besonderen Wert hat. Das zeigt mir, dass hier Menschen sind in dieser Gemeinde, denen Gemeinde viel bedeutet. Wie viel mehr bedeutet die Gemeinde Jesu Christi ihm selbst als uns? Er spricht zu uns, zu Kindern Gottes durch den Heiligen Geist. Wie spricht der Heilige Geist? Das ist eine Grundaussage über die Bibel, überhaupt komplett. Gott redet, Gott sagt uns etwas. Ich sage dazu, der Herr ist gesund, ihm geht das gut und er redet gerne. Er ist bis heute noch aktiv mit seiner Gemeindekommunikation. Gott zeigt sich und von Bart sich der Heilige Geist spricht. Gott ist nicht stumm oder uninteressiert, nicht zu weit entfernt von der Erde oder sehr beschäftigt mit anderen Dingen. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Psalm 50, Vers 3 nachzulesen. Der Geist hat der Gemeinde etwas zu sagen bis heute. Gott, der Geist spricht in erster Linie durch sein Wort. Aber er hat so viele Möglichkeiten zu unserem Herzen zu reden, zu unserem Verstand zu reden, zu unserem Gehör zu reden. Er hat so viele Wege zu uns zu sprechen und ab und zu, wenn wir auch Fehler machen, spricht er auch zu uns. Ich kenne das nicht, aber ich kenne das sehr gut. Ich bin schon mittlerweile ein paar Jahrzehnte verheiratet in meinem Alter. Und wenn ich dann meine Grenzen überschreite, da spricht der Geist Gottes sehr hartnäckig zu mir. Ich will aber nicht das immer hören, was er sagt. Und meine Frau ist technisch nicht so versiert. Ich bin so mehr Techniker von meinem Wesen. Sie ist eine Künstlerin. Und wenn sie Computer bedienen muss, dann hat sie Schwierigkeiten. Sie vergesst immer wieder, was der nächste Schritt war. Und mir fehlt wirklich Geduld dabei. Geduld ist nicht meine primäre Gabe. Ich sage Geduld aber sofort. Und das klappt nicht. Und eines Tages kam ich aus meinem Büro, aus der Gebetszeit. Und sie fragt mich, kannst du mir bitte zeigen im Computer, wie das geht? Ich beugte mich über ihr, nahm ihre Hand und fing an, mit ihrer Hand die Maus zu bewegen. Sie blickt sie zu mir auf und sagt so, okay, das habe ich jetzt kapiert. Wenn du das nächste Mal mir helfen solltest, gehst du erst mal und betest und dann kommst du wieder zu mir. Also der Geist Gottes verändert unser Verhalten, er arbeitet an uns, er spricht zu uns, dass wir in der Beziehung miteinander ganz angenehm werden können. Wer kann hören, wenn der Geist Gottes spricht? Aber wenn ihr noch mehr über den Geist Gottes hören wollt, könnt ihr auf meinen YouTube gehen. Ich habe da meinen prophetischen Dienst über das Hören, das Hören der Gebet, alles genug erklärt, könnt ihr euch anschauen. Das ist keine Werbung oder Angebot. Davon habe ich finanziell nichts. Also ich diene einfach den Menschen, wo ich nur kann. Also wer kann hören, die Frage, die ich mir stelle. Wer Ohren hat zu hören, wir haben Augen zu sehen, wir haben Hände zu handeln und wir haben Zeit zu verwenden, nicht zu verschwenden, zu verwenden. Kinder haben so eine Angewohnheit, sie sind schwerhörig ganz oft. Wenn Enkelkinder zu uns zu Besuch kommen und die Mama sagt, räum den Tisch auf oder meine Oma, sie verschwinden sofort im Wohnzimmer. Sie sind schwerhörig. Wenn Oma sagt, wir haben Eis, sind sofort da, hören sofort. Wer kann hören, wer Ohren hat zu hören, der Hörer. Eine durchaus ernst gemeinte Aufforderung, weil Hören anstrengend sein kann. Gerade wenn es um warum und wozu Fragen geht, wenn man da Antworten sucht und hören will oder keine Antworten bekommt. Letzte Woche schrieb mich ein Mann an, ein Pastor und sagte, kannst du bitte für mich beten, dass Gott mir eine Pfundbarung schenkt oder dir eine Pfundbarung gibt. Was sagt der Geist Gottes über mein Leben? Ich habe zu ihm gesagt, du, du weißt, ich bin nicht berufen zu prophezeien, ich bin berufen zu segnen, aber ich kann gerne beten. Kann sein, dass der Herr mir einen Impuls schenkt, dann reden wir darüber. Okay, gesagt, getan, drei Tage hinterher schreibt er mich hintereinander immer wieder an. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich sage, okay, nur gib mir fünf Tage wenigstens Zeit. Ist auch so geduldig wie er, wie ich. Und dann betete ich, habe ich den Impuls vom Geist Gottes, schrieb ich ihn an und er ruft mich an und sagte, dieser Impuls ist nicht für mich, das ist für unsere Politiker. Es kann nicht für mich sein, das ist für unsere Politiker, nicht für mich, das nehme ich nicht an. Der Herr segne dich dabei. Was wolltest du denn hören von mir? Er sagte, wolltest du hören, dass ich da sage, was du hören willst? Eigentlich schon. Na, dazu brauchst du mich doch nicht, hast du schon gehört. Wenn du was hören willst, was anderes, was Geist Gottes anderem sagt, dann bist du bereit zu hören, was der Geist der Gemeinden sagt. Ich finde ein Wort des amerikanischen Schriftstellers Mark Twain diesbezüglich sehr passend. Er sagte einmal, ich habe keine Schwierigkeiten mit dem, was in der Bibel steht. Aber ich habe Schwierigkeiten mit dem, was ich in der Bibel nicht verstehe. Probleme machen mit den Stellen, die ich sehr gut verstehe. Und das ist für mich wichtig, wenn ich über die Gemeinde rede, über das, was Gott sagt. Das, was ich verstehe, ist schwierig zu halten. Aber dafür brauche ich den Heiligen Geist, der zu mir spricht. Genauso ist auch in unserer Zeit die Frage. Der Geist Gottes spricht zu uns. Und die einfache Frage, wozu bist du da? Die Frage ist, wozu lebst du? Um Gott zu vertrauen und anderen zu lieben. Ich würde sagen, ich lebe, um dem Herrn zu gefallen und Menschen zu dienen. Und ganz oft verwechsel ich das irgendwie in meinem Kopf. Ich versuche, Menschen zu gefallen und dem Herrn zu dienen. Er sagte, nein, du sollst Menschen dienen. Menschen kannst du doch nicht gefallen. Schade, ich bin doch so ein guter Typ, dachte ich mir. Aber sie lieben mich nicht alle. Also, eine hörende Gemeinde. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Und es ist nicht meine Gemeinde, sie ist Gold wert, weil es die Gemeinde Jesu Christi ist. Und jetzt komme ich, eine handelnde Gemeinde. Eine Sache, die Bibel zu lesen, zu studieren. Liebe Freunde, ich bin aufgewachsen in der Baptistengemeinde. Mein Papa war Baptistenpastor, Brüdergemeinde, Baptistengemeinde. Das sind meine geistliche Wurzeln. Und da bin ich zu Hause Jahrzehnte gewesen, bis ich irgendwann Pfingstpräses wurde. Nicht ganz zufällig. Es gibt keinen Zufall, es fehlt nur die Gnade Gottes uns zu. Und ich muss mich bücken, die Gnade Gottes auch hochzuheben. Sonst bleibt sie ganz unten auf der Erde liegen. Aber die Gnade fehlt uns zu. Liebe Freunde, es ist an der Zeit, in unserer Zeit, sich zu bücken, die Gnade Gottes zu nehmen. Christus kam in den Staub der Erde, um den Menschen aus dem Staub der Erde zu heben. Und wir sind dafür da, als verlängerter Arm Gottes zu sein und den Menschen, die im Dreck liegen, im Staub liegen, sie hochzuheben und zu Christus zu bringen. Ich wünsche euch viel Segen auch zu Hause und später, wenn ihr zuschaut, eine hörende Gemeinde zu sein, ein hörendes Kind Gottes zu sein und ein handelndes Kind Gottes zu sein. Liebe Freunde, wie herrlich das ist, ein verlängerter Arm Gottes zu sein. Wie oft bete ich zum Herrn, Herr, tu dies, Herr, tu jenes. Ich bin so ein guter Ratgeber Gottes. Aber der Herr sagt mir, ich brauche keinen Ratgeber. In Hiob haben sie schon versucht, im Buch Hiob haben sie versucht, schon Gott zu beraten. Und er sagte, habe ich dich etwa dazu erwählt, mich zu beraten? Och, wie gerne hätte ich, dass Gott meine Nachbarn verändert, wenn sie mich nerven. Und der Herr sagt, lieb sie einfach. Als er handelnde Gemeinde. Aus dem, was der Heilige Geist der Gemeinde sagt, habe ich, Stefan, nach eurem Wunsch, fünf bedeutenden Punkte abgeleitet. Ich weiß das nicht, wieso, was sie fünf Punkte haben wollt, von Pfingst Präses. Bitte. Ach so, fünfhältige. Sehr gut, ich habe mir schon gedacht, wieso fünf Punkte? Also, nach eurem Wunsch, fünf Punkte, habe ich aus den Sendschreiben abgeleitet. Ich habe gedacht, bevor ich dann erzähle, was mich so beschäftigt, wo finde ich, wie spricht Geist Gottes zur Gemeinde? Da dachte ich, die Bibel ist die beste Quelle. Und deswegen habe ich das genommen. Der Heilige Geist hat eine Botschaft. Denn es heißt, dass wir hören sollen, was der Geist der Gemeinde sagt. Und davon redet ihr, was ist die Botschaft? Wir haben heute im Lobpreis gemeinsam gesungen, was ist die Botschaft des Heiligen Geistes? Seine Botschaft heißt Jesus Christus. Das ist die Botschaft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist aber redet nicht nur aus sich selbst und von sich selbst, sondern von Christus. Wie Christus sagt, in Johannes 16, Vers 13, Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hören wird, dann wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Der Heilige Geist redet nicht in erster Linie und schon gar nichts ausschließlich von sich selbst, sondern spricht von Christus. Ich glaube, es ist gerade in unserer Zeit wichtig, das festzuhalten. Der Geist Gottes bleibt in seiner Botschaft bezüglich Christus selbst im Hintergrund. Er schiebt sich nicht in den Vordergrund. Diese fünf bedeutenden Punkte gehe ich gleich zusammen mit euch durch. Aber erst mal die Botschaft Christus. Mein Vorstand BfB, ihr wisst, dass ich Präses bin, noch, bis September gebe ich das gerne ab, weil ich pensioniert werde. Und ich sage, wenn ich abgebe, da sind meine Hände frei, um etwas Neues zu empfangen. Sonst habe ich keine Möglichkeit, wenn ich festhalte, Präsidium, Vorstand, haben mich gebeten, bleibt doch Johannes, das ist doch schön mit dir. Ich sage, herrlich, wenn es am schönsten ist, muss ich gehen. Solange ihr mich behaben wollt, dann soll ich gehen. Wenn ihr später sagt, ich segne dich. Rechtzeitig loszulassen, um Neues zu empfangen, wie herrlich das ist. Was Jesus Neues geben kann. Das heißt für mich, ich bin im totalen Umbruch in meinem Leben. Gemeinde abgegeben. Heiner, du kennst mich gut. Wir sind auch unterwegs. Gemeinde abgeben, den Bund abgeben. Und was ist noch mit mir jetzt? Zu Hause Blümchen gießen? Nein, ich habe einen neuen Verein gegründet. Elm Network. Und wir haben jetzt seit 16 Jahren sind wir mit meiner liebe Frau in Israel. Sie hat mich bekehrt zu Juden. Und ich liebe dieses Zeugnis weitergeben, bevor ich über diese fünf Punkte rede. Es ist ein ganz gravierendes Zeugnis im Leben meiner Familie. Die Vorfahren von meiner Frau waren Nazis. Onkel war Waffenassess. Er war 25 Jahre in Sibirien. Der Vater von ihm war Hitlerjugend. Und plötzlich aus Judenhasser hat Gott Judenliebhaber geschaffen. Liebe Freunde, wenn Jesus unsere Geschichte verändert, hineinkommt, er macht alles neu. Er verändert alles. Und unsere Biografie, unsere Geschichte. 16 Jahre hat sie mich liebevoll umworben, nach Israel zu reisen. Oh, meine Güte. Sag ich, er so viel Geld kostet er. Sie wollen nicht hören, die Juden. Und dann sagt sie, Johannes, ich brauche dich. Komm, bitte, komm, bitte. Liebe Freunde, ich verdanke meine Frau eigentlich dem Herrn, dass sie ihr Leben verändert hat. Wir haben jetzt seit einem Jahr einen Pfingstbund in Israel gegründet. Verdanke ich meiner liebe Frau die Liebe zu diesem Volk. Außergewöhnliche Liebe zu diesem Volk. Ich staune, liebe Freunde, wenn der Geist Gottes in unser Leben hineinkommt, er macht alles neu. Egal, aus welchem Land du kommst, egal, aus welchem Volk du kommst, wenn Jesus mit uns ist, er schreibt mit uns seine Geschichte. So genauso mit der Gemeinde damals. Also, was sind die fünf Punkte, die ich euch erzählen möchte? Erstens, bekenne dich zu Christus. Sei eine bekennende Gemeinde. Zu jeder Gemeinde und Verbarung bekennt sich der Herr mit den Worten, ich kenne deine Werke. Also, ich kenne dich so gut und ich kenne alles, was du tust. Wenn ich so denke über mein Leben, sage ich, Herr, du kennst mich so gut und du liebst mich trotzdem. Was für ein Wunder. Er bekennt sich zu uns auf Verbarung 2, Vers 13. Er kennt uns Menschen sehr gut, dennoch liebt er uns und stellt sich zu uns. Jesus bekennt sich zu seiner Gemeinde und er wünscht sich, dass wir auch uns zu ihm bekennen. Gemeinde in Pergamon. Ihr habt euch nicht in die Innenwelt zurückgezogen, was in dieser Weltstadt damals normal wäre. Ein großes Lob an die Gemeinde damals und heute in unserer Zeit, dass wir uns nicht zu Hause verstecken, sondern an jedem Ort bekennen wir uns zu Jesus Christus, unserem Erlöser. Egal, wo wir sind. Was bedeutet, an meinem Namen festzuhalten? Nichts anderes, als an Jesus festzuhalten. Es ging um Jesus, nicht nur allgemein um Gott. Ihr wisst das, liebe Freunde, allgemein Gottgläubigkeit ist kein Problem heutzutage. Allgemein an Gott zu glauben, kann man darüber mit Menschen reden. Wenn ich in anderen Ländern unterwegs bin, muslimischen Ländern unterwegs bin, über Gott kann ich mit vielen Menschen reden. Aber wenn ich anfange, über Jesus Christus zu reden, an dieser Stelle scheiden sich die Geister. Erst der Johannes 4 nachzulesen. An dieser Stelle scheiden sich die Geister. Und die Gemeinde in Pergamon hat sich zu ihrem Heiland bekannt. So auch in unserer Zeit ist es wichtig, uns zu Christus zu bekennen. Eine bekennende Gemeinde sein. Und einige sagen zu mir, meine Güte, du bist so langweilig. Alte Traditionen, alte Bibel, es gibt doch neue Möglichkeiten, musst doch anders denken. Liebe Freunde, wer mit dem Zeitgeist lebt, stirbt auch mit dem Zeitgeist. Wenn wir ewig mit dem Geist Gottes zusammen leben, er lebt auch ewig. Wir passen uns nicht an der Welt, sondern wir sind relevant und machen den Unterschied, weil wir das Wort von Kreuz an jedem Ort predigen. Ich liebe es, als ich kleiner Junge war, Papa hat zu Hause seine Andacht gehalten. Zu Hause, mein Papa hat Andacht gehalten, ganz normal. Und zu Hause bekehrte ich mich. Mit 14, glaube ich, zum dritten Mal. Weil bei uns war Tradition, wenn du nicht genug geweint hast, hast du nicht richtig dich bekehrt. Also musste ich der Tradition Genüge tun und mich bekehren richtig. Ist doch egal. Aber seit dem Tag, als meine Kindheit, weiß ich, dass der Geist Gottes immer mich begleitet, wenn ich auch nicht immer gehorsam bin. Aber er sagt, bekenne dich zu Christus. Und ich kenne die Momente, als die Sowjetarmee einberufen worden bin. Bei der Luftwaffe war ich, sie haben mich gedroht. Wenn du dich zu Christus bekennst, verschicken wir dich zum Notpol. Sage Christus ab, dann hast du gutes Leben. Ich sage, wie kann ich? Wie kann ich meinen Gott leugnen? Nein, ich bin Christ. Ich gehöre zu Christus. Egal, in welchem Lage du bist, bekenn dich zu Christus. Das hat er hervorgehoben. Und Dietrich Bonhoeffer schreibt über Nachfolge Folgendes. Nachfolge ist die alleinige Bindung an Jesus Christus. So sieht der Nachfolger immer nur seinen Herrn und folgt ihm. Ist es einfach? Nein. Aber Christus ist mit uns. Er begleitet uns auf unserem Weg und gibt uns Kraft. Liebe Freunde, ich werde ganz oft interviewt und gefragt, was macht den Unterschied? Ich habe gesagt, Jesus Christus macht den Unterschied. Nicht unsere Anpassung. Also, ganz oft höre ich, auch im BSP, sagen sie, eins, was du uns allen eingebläut hast, dass wir alle kapiert haben, es geht nur um eine Sache. Erlösung, Erlösung, Erlösung. Um nichts anderes. Alles das Beste für die Erlösung. Alles, was wir tun, muss nur auf ein Ziel ausgerichtet sein. Auf Erlösung. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er den Sohn sandte auf diese Erde oder gab, damit jeder, der in den Glauben nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und diese Botschaft haben wir in uns. Zweitens, bleib in der Liebe. Es ist möglich, die Liebe zu verlassen oder auch darin zu erkalten. Das war auch in der Gemeinde Ephesus so, von Barung 2, Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Die erste Liebe ist nicht zeitlich zu verstehen. Dieser Ausdruck bedeutet vielmehr die höchste und vornehmste Liebe. Was hier mit der erste Liebe gemeint ist, ich verstehe es so. Die erste Liebe ist meine Antwort auf die Liebe Jesu zu mir. Und das ist jeden Tag. Jeden Tag meine Antwort auf die Liebe Jesu zu mir. Und zweitens, dann auf die Liebe Jesu in mir zu Menschen. Wenn wir das Kreuz anschauen, schaut mal ein schönes Kreuz. Habt ihr mein Kompliment? Nicht zu übersehen, schönes Kreuz. Diese vertikale Verbindung dieser Balken zeigt meine Liebe zu Christus. Ich bin mit dem Himmel verbunden. Horizontale zeigt, ich habe durch diese Verbindung zum Himmel eine gute Beziehung zu Mitmenschen. Es reicht nicht nur mit Himmel verbunden sein, sondern wir brauchen horizontalen Balken dazu. Und dazu brauchen wir viel Liebe vom Herrn in unserem Herzen. Wenn wir die Liebe erkaltet, brauchen wir die Fülle des Heiligen Geistes. Auch die Liebe zu dem Nächsten, für den Christus genauso gestorben ist. Im Hinblick auf die letzten Tage oder Endzeit spricht Jesus in Matthäus 24, Vers 12. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wie die lieben vielen Erkalten, heutzutage erlebe ich, verwundert, wie viel Hassgeraden unter Christenheit ist. Geimpfte, nicht Geimpfte, verachten, schieben sich zur Seite, diskutieren, nicht diskutieren. Ich frage, liebe Freunde, was ist unser Auftrag? Uns zu lieben oder auszugrenzen? Unser Auftrag ist, bleib in der Liebe, egal in welcher Zeit. Und wenn es erkaltet, in Römer 5 lesen wir, denn die Liebe Gottes wurde ausgegossen durch den Heiligen Geist in unserer Herzen. Wir brauchen die Gnähe Jesu Christi, um in der Liebe wieder Feuer zu fangen. Das Wort Jesu erinnert uns daran, dass Liebe nicht ein Gefühl ist, das kommt oder geht, wer es will. In der Liebe zu bleiben oder die Liebe zu verlassen, ist eine Sache, meine Entscheidung und meine Verantwortung. Und ich möchte das übernehmen. Wir tragen in uns die Liebe zu den Menschen draußen. Ein Beispiel dazu. Ihr kennt solche, wir haben so viele Mitbürger in unserem Land, die aus anderen Ländern kommen. Und manch einer, ich bin auch einer dazu Gewanderte, 33 Jahre wohne ich in Deutschland. Und ich freue mich, dass ich wieder zurückkam, wo meine Vorfahren kamen. Aber es gibt viele Menschen, die zu uns kamen und sie brauchen genauso eine Liebe, wie bei euch in der Kirche, auch zu Hause, in der Familie. Wenn ihr wenig Liebe habt, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und einer kam auf mich zu und sagte zu mir, Johannes, ich würde gerne unseren türkischen Mitbürger für Jesus gewinnen. Er sagt, kannst du mir mal Wasser geben? Sorry, ich brauche ein bisschen Flüssigkeit. Danke für deinen Dienst. Ist okay? Oder da? Okay, ich verstecke. Ich verstecke die Flasche. Ich habe jetzt Lust bekommen, so wie ich. Er sagt, ich würde gerne unseren türkischen Mitbürger gewinnen. Er sagt, dann liebe sie. Nein, ich kann sie nicht ausstehen. Da kriegst du sie auch nicht. Wieso nicht? Denn das, was du liebst, kriegst du auch. Liebst du Sünde, bekommst du Zerstörung. Liebst du Jesus, bekommst du Erlösung. Denn das, was du liebst, das kriegst du auch. Was soll ich machen? Na, geh doch zur Dönerbude. Döner macht schön oder nicht. Oder fett, weiß ich nicht. Aber geh dahin und sprich mit ihnen. Und er ging zu ihnen. Und sagte, sie brachte ihn in mein Büro. Er sagte, schau mal, Pastor, ich habe ihn mitgebracht. Aber er will sich nicht bekehren. Ich habe zu ihm gesagt, seit wann ist Bekehrung eine Sache des Kopfes? Bekehrung ist eine Sache des Herzens. Der Geist Gottes muss zu ihm reden. Da schaute ich diesem türkischen Mitbürger in die Augen und sagte, schau mich an. Er sagt, Jesus, öffne ihm die Augen, damit er aus der Finsternis in deinem Licht sich entscheiden kann. Er guckte mit solchen Augen. Jetzt verstehe, was er erzählt hat. Jetzt kannst du ihn zum Glauben führen. Liebe Freunde, das, was wir lieben, das bekommen wir auch. Lieb den Menschen. Das Beste, was Jesus hat, was Gott hat, das sind die Menschen. Das Gospeste, was er hat, das sind die Menschen. Und sie sind es wert, geliebt zu werden. Und das hat mit Alter nichts zu tun. Liebe Freunde, Menschen kommen, wenn ich über 60 bin, trotzdem kommen sie. Nicht aufgrund meines guten Haarschnitts. Ja, genau. Sondern sie kommen, wenn sie geliebt werden. Jung und alt. Ich achte Jugend und ich verachte das Alter nicht. Liebe Freunde, Gott leidet nicht an Jugendwahn. Und er leidet auch nicht an Alterswahn. Er liebt alle Generationen, alle Geschlechter. Er beruft und setzt. Und ich liebe die Setzung und die Berufung Gottes. Ich feiere sie einfach, weil Gott sich zu Menschen stellt. Drittens, bleibt leidenschaftlich. Das spricht Geist Gottes der Gemeinde in damaliger Zeit, auch in unserer Zeit. Unserem Herrn gefällt es sehr, wenn wir für ihn Feuer und Flamme sind. Aber er hält nichts davon, wenn wir lässig werden. Woher weiß ich das? Aus der Verenbarung, Kapitel 3, Verse 14 bis 16. Und dem Engel der Gemeinde, Leute, Zehe schreibe, da sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärst, Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Im Wörterbuch wird das Wort lau im Hinblick auf das innere Leben des Menschen folgendermaßen beschrieben. Ein lauer Mensch ist lässig, nicht feurig oder tatkräftig, ohne Rechte, Teilnahme oder Begeisterung. Ein lauer Mensch ist leidenschaftslos, nicht heiß, nicht kalt, nicht Fisch, nicht Fleisch, undefinierbar, kaum fassbar, nicht beschreibbar, mittelmäßig und profillos. Jemanden laut zu benennen, ist ein hartes Urteil. Der Herr hat den Heiligen Geist uns gegeben. Liebe Freunde, den Heiligen Geist, der an uns arbeitet, an unserem Wesen arbeitet, der in uns arbeitet, in unserem Charakter und der durch uns an jedem Ort arbeitet. Ich liebe es, Christen zu sehen, die den Heiligen Geist zulassen, dass er durch sie arbeitet. Und dafür gibt er alle Gaben des Heiligen Geistes uns. Stellt zur Verfügung, damit wir an jedem Ort der Geist Gottes durch uns arbeiten können. Paolo sagt, wir sind Botschafter an Christi statt. Er möchte nicht, dass wir auf Sparflamme leben oder Feuerlöscher werden. Nein, er will, dass wir Feuer und Flamme für den Herrn sind. Und lässt sich anfeuern vom Heiligen Geist. Ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Und wie kann das vonstatten gehen? Folgende Fragen helfen mir persönlich dabei. Mag sein, dass auch die helfen werden. Wofür schlägt oder brennt mein Herz? Prüf nach, wofür, was brennt da drin? Wofür ist das Feuer da? Und ich freue mich, das Feuer beginnt schon zu Hause. Wofür will ich am Ende zurückschauen können? Zweite Frage. Dritte Frage. Wo erfahre ich die Salbung des Heiligen Geistes? Was würde ich mit aller Kraft anstreben? Und Augustinus sagte dazu Folgendes. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Viertens. Handle aus der Kraft des Herrn. Ich weiß, sagt der Herr, wie du lebst und was du tust. Du hast noch wenig Kraft, aber du hast dich von meinem Wort, nach meinem Wort gerichtet. Und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür von dir geöffnet, die niemand schließen kann. Liebe Freunde, solch eine Handlung ist doch sehr sympathisch. Du hast wenig Kraft und dennoch hast du das Beste daraus gemacht. Es kommt nicht auf die Größe meines Glaubens an, sondern auf die Größe meines Gottes an. Es ist nicht die Megakraft, sondern die Kraft, die ich anwende, die vom Himmel mir geschenkt worden ist. Wieso ist das so wichtig? Alles, was lebt, erzeugt Leben. Alles, was lebendig ist, verändert sich. Die Gemeinde ist doch so lebendig, weil Christus mit uns ist, deshalb ist die Gemeinde ständig einem Veränderungsprozess ausgesetzt. Liebe Freunde, wenn ich in Griechenland predige, ich kann nicht Deutsch predigen. Ich meine, theologisch, wie wir in Deutschland sind. Ich muss für die Griechen fast philosophisch predigen. Sie brauchen das Wissen. Wenn ich bei Juden predige, ich muss dann Wunder predigen. Sie lieben sie. Bekommen sie auch Wunder und Zeichen. Liebe Freunde, Gott will durch uns Wunder verbringen an jedem Ort, wo wir sind. Wie oft bete ich für Wunder Gottes und er spricht zu mir, werde doch selbst ein Teil meines Wunders. Fang an, doch selbst dann meine Wunder zu tun. Geh zu den Menschen. Bitte handele aus der Kraft, die Gott dir gegeben hat. Und wie kann die Gemeinde lebendig bleiben und brennend sein? Nein, ich habe mir zwei Antworten geschrieben. Sie bleibt lebendig, wenn sie bei dem bleibt, der Kraft gibt. Bei Jesus Christus. Zweitens, sie bleibt lebendig, wenn sie Gott vertraut und nach seinem Wort handelt. Nicht nach Menschenwort. Das ist heute genauso wichtig wie damals in damaliger Zeit. Stimmt das? Das ist genauso wichtig wie damals. Innen wurde die Tür vom Herrn geöffnet und sie haben sie als Schanze genutzt. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Liebe Freunde, euch zu Hause, hier in der Gemeinde, egal wo du bist, bitte den Herrn, dir eine Tür zu öffnen. Und wenn du wenig Kraft hast, nutze sie. Warte nicht, bis du ein Bodybuilder wirst. Ich habe drei Söhne, nein, vier haben wir. Drei Söhne waren Bodybuilder. Und sie haben solche Pakete jeden Morgen, jedes Mal trainiert und gegessen. Und dann, wenn sie zu Hause Staub saugen mussten, bekamen sie Muskelkatern. Ich sage, Jungs, warum hat man diese Muskelpakete? Und so kommt mir ab und zu in meinem Leben vor, ich habe Pakete, aber ich kriege Muskelkater, wenn ich arbeiten muss für den Herrn. Also wir brauchen Kraft des Herrn und sein Werk auf dieser Erde zu verbringen. Gott sucht sich keine Bodybuilder in der Gemeinde, sondern Arbeiter. Also ich wünsche jedem Leiter, jedem Pastor, dass ab Sonntag die Menschen die Bude einreden und sagen, wo kann ich mich beteiligen? Ich will leidenschaftlich sein für den Herrn. Und fünftens, lass dich nicht von deinem Auftrag abbringen und bleibe treu. Mal schauen, was die Zukunft so mit sich bringt. Offenbarung 2,4,7 schauen wir, was die Zukunft bringt. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Wer überwindet, dem will ich zu Essen geben vom Baum des Lebens, dem Paradies Gottes ist. Wer zu Jesus findet oder zurück zu Jesus umkehrt und wieder an der ersten Stelle setzt, der hat eine gute Zukunft. Das war damals in Ephesus und genauso heute. Spannend, über den Baum des Lebens war das nicht nur bei Mose am Anfang der Bibel geschrieben, sondern auch im Schluss, in der Verbarung des Johannes, lesen wir von Baum des Lebens. Wenn wir Jesus Christus annehmen, kommen wir zu ihm in die Ewigkeit und da wächst ein neuer Baum des Lebens, von dem wir essen können. Da werden keine Tränen sein, kein Schmerz sein, kein Leid sein, keine Verachtung sein, weil Jesus Christus mit uns ist. Das ist unsere Zukunft. Nicht Verlust, nicht Zerstörung unserer Zukunft. Oft schreiben Menschen mich auch an, per Mail oder über Instagram oder Johannes, wann kommt Jesus Christus? Ich sage, pfff, warum soll ich das wissen? Das weiß er selber nicht. Er sagte, nur der Vater im Himmel weiß das. Also ich bin nicht mehr als Jesus Christus, kann er auch nicht sagen. Deswegen, für uns ist wichtig, dass wir den Glauben leben und die Glaube ist keine private Sache, auch heute noch. Er sagt, geh dahin und verkündig das Evangelium und lass dich nicht von deinem Auftrag abbringen. Am besten sagen Menschen immer wieder, Glaube ist Privatsache, versteck dich zu Hause, komm nicht mehr raus. Du kannst ständig Livestream gucken, du musst nicht mehr in der Kirche kommen. Liebe Freunde, ich sage euch, ein offenes Geheimnis. Gott ist überall, das wissen wir, aber meine feste Gegenwart Gottes ist da, wo zwei oder drei zusammenkommen. In der Gemeinde Jesu Christi. Ich lade euch ein, eure Kirchen zu besuchen, nach Möglichkeiten da zu sein, Menschen zu Gemeinden zu führen, damit sie in der Gemeinde zu Christus finden und Nachfolger werden. Bitte, ich lade euch dazu ein. Liebe Freunde, Jesus verspricht, dass er die sieben Gemeinden in Kleinasien vor den schrecklichen Ereignissen in der Endzeit und Herrschaft des Weltdiktators Antichristen bewahren wird. Und ich bewahre, sagt er, von der Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommen soll. Ich habe als Kind viel Verfolgung erlebt. Damals in kommunistischer Zeit haben sie uns prognostiziert, so der Mitte 80er Jahre wollten sie den letzten Christen im Fernseher zeigen. Die Sowjetunion existiert nicht mehr, wir sind immer noch da. Der Herr sagt, ich werde euch bewahren. Auch in der Zeit des Diktators, des Antichristes, ich bin mit euch. Ich werde euch nie verlassen, weil ich ständig mit euch bin. Er ist doch mitten hinter uns, er ist doch in uns. Wir sollen keine Panik vor der Zukunft haben, sondern wir sollen Hoffnung vermitteln an jedem Ort, wo wir sind. Also die fünf bedeutenden Punkte fasse ich nochmal zusammen und dann bete ich gerne für uns. Erstens, bekenne dich zu Jesus Christus. Sei eine bekennende Gemeinde und bekennender Christ. Zweitens, bleib in der Liebe. Verlasst die Liebe nicht, wenn sie erkaltet, geht zum Herrn. Er schenkt gerne. Bleibt leidenschaftlich. Vergisst nicht eurem Gesicht auch Freude mitzuteilen, wenn ihr in der Kirche seid. Es erlebe ich ganz oft so in Gemeinden, ich habe tiefe Freude im Herzen. Also bitte, vergisst nicht deinem Gesicht das mitzuteilen, damit ich weiß, dass dein Herz auch jubelt. Also leidenschaftlich dabei sein. Drittens, handele aus der Kraft des Herrn. Und wenn sie klein ist, sie ist mehr wert als jede Kraft auf dieser Erde. Und wir haben diese besondere Kraft des Heiligen Geistes in uns, weil wir Söhne und Töchter Gottes sind. Und fünftens, lass dich nicht vor deinem Auftrag abbringen. Das heißt nicht, klammere dich an deinen Job. Das heißt nicht einmal Ältester, immer Ältester, das meinte ich überhaupt nicht. Sondern nimm neue Rolle ein. Neue Jobs. Lass die Jugend dran und feiere die Jugend. Und die Jugend kommen zu dir und sitzen wie bei dir, wie bei Gamale unter Füßen. Zu mir kamen dann Freimuth, Andrea Sommer, Freimuth Haffer kamen, Andrea Sommer und Fritim Holtius in mein Schlafzimmer in der Zhausen. So Johannes, ja was wollt ihr, Jungs? Wir wollen hier sitzen, deine Weisheit lauschen. Sag ich, oh, aber ich fühle mich nicht so weise. Liebe Freunde, aber ich fühle mich nicht so schlau. Was wollen sie bei mir? Gefühlsmäßig geht es mir überhaupt nicht so. Liebe Freunde, sie suchen nicht unser Alter, sie suchen Jesus Christus in uns. Amen. Ich bitte euch, auch zu Hause, auch hier aufzustehen. Ich würde, wenn ihr wollt, gerne mit euch zusammen beten. Und wenn ihr mögt, zu Hause oder hier dem Herrn zum Zeichen des Anliegens die Hände ausstrecken. Das ist nicht, ich schließe meine Augen, das macht ihr nicht für mich. Spricht mit dem Herrn selbst. Jesus Christus, wir sind deine Kinder. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deine Gemeinde baust. Du hast gesagt, und die Pforte der Hölle werden sie niemals überwinden können. Und wir wissen, dass die Hölle sich erheben wird, um deiner Gemeinde Schaden zuzufügen. Aber du hast die Gemeinde als Gold erklärt. Und sie ist Gold wert in deinen Augen. Und das Kostbare, was du hast, das ist deine Gemeinde. Du baust sie. Und so bete ich gemeinsam mit meinen Geschwistern. Ich mache eins mit ihnen im Geist und sage Gott, dein Mächtiger, gib uns Kraft des Heiligen Geistes. Statte uns mit allen himmlischen Gütern aus, damit wir deine Gnade auf diese Erde tun können. Und ich danke dir, mein Gott, dass du uns berufen hast, die Zeichen und Wunder auf diese Erde zu vollbringen, weil wir dein verlängerter Arm sind. Kein Komplex soll deine Gemeinde plagen, keine Ängste, sondern Entschlossenheit und Mut des Herrn soll uns begleiten. Komm, Salbung Gottes auf deine Kinder und erfülle sie. Wirklich nur nicht im Kopf alleine, sondern im ganzen Wesen. In allen Poren soll deine Kraft präsent sein. In Jesu Namen. Amen. Amen.